Deutlich erkennbares Resultat von Aptos Faden Lifting ist 1,5 bis 2 Jahre sehbar. Und Aptos Fäden haben Doppelwirkung, das ist Verjüngung und Straffung. Straffung, Lifting Effekt, ist praktisch sofort sehbar und Verjüngung wird durch Neokalagenese provoziert. Der optimale Patient für Aptos Faden Lifting ist Patient mit leichter bis mittlerer Hautzehenkrank und im Alter von 35 bis 55 Jahre alt.